Teslas Robotaxi bekommt immer mehr Konkurrenz. Wer diese ist und ob es eine gute Idee ist, in diese zu investieren, sowie eine ausführliche Analyse, bekommst du in diesem Video. Also, bis gleich. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Wiesinger Investment Podcast, Börse ohne Blabla. Mein Name ist Klaus und heute geht's wieder um das Thema autonomes Fahren. Denn Tesla hat Anfang des Monats sein Robotaxi vorgestellt, aber es wird erst vor 2027 gelauncht werden. Also wahrscheinlich 2026 und 2025 sollen auch die ersten Model Y, Model 3, die Autos, die bereits auf dem Markt sind und die neue Technologie in sich haben, voll autonom fahren können und Taxifahrten anbieten können. Und es gibt ja noch eine weitere Konkurrenz Waymo. Ich habe auch diese schon mal genau analysiert in einem Video. Ich verlinke es euch gleich mal oben. Wenn ihr es anschauen wollt, da geht es nochmal um Technik. Was sind die detaillierten Unterschiede zwischen Waymo und Tesla? Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Und wenn ihr investiert seid, dann ist es auf jeden Fall ein Muss. Waymo bietet ja bereits das autonome Fahren in vier verschiedenen Städten in den USA an, wie zum Beispiel Phoenix, San Francisco und hat dort auch schon sehr viel Erfahrung. Der Unterschied ist, also sie brauchen AD-Maps, das heißt, sie sind regional begrenzt. Das hat eben Tesla nicht. Tesla hat keine regionale Begrenzung, wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass das Robotaxi am Markt kommt. Und die Taxifahrten sind auch ziemlich günstig. Also wir reden da an, dass es eben genauso viel kostet wie normale Taxifahrt. Und wir haben jetzt einen neuen Konkurrenten, der auch schon länger mit Waymo kooperiert. Und zwar ist das Uber. Uber bietet ja nicht nur die Taxifahrten an, sondern auch eben Uber Eats. Uber Eats ist eben die Möglichkeit, dort Essen zu bestellen. Und da möchte ich jetzt nochmal genauer darauf eingehen, was hier Uber alles anbietet. Also zum einen die UberX-Fahrten. Sie arbeiten mit Taxiunternehmen zusammen. Sie deliveren, also liefern Essen. Und sie liefern auch einfach nur Lebensmittel nach Hause, was mittlerweile ein gutes Business ist. Und sie machen auch Lieferungen, das heißt, sie liefern Pakete aus. Also sie machen einen Botendienst. Und außerdem unterstützen sie, ja, Frachtunternehmen Lieferungen anzubieten, beziehungsweise freie Plätze für Lieferungen anzubieten. Also sie sind da sehr breit genau in der Mobility aufgestellt. Genau was eigentlich auch ihr Kernsegment ist. Und das Tolle an dem Unternehmen, sie sind eine Plattform, besitzen keine Fahrzeuge, die super viel Wartung oder Ähnliches haben, ja. Und Uber hat, ja, Uber hat 6,8 Millionen Fahrer. Ist in über 70 Ländern, ist somit auch der größte Anbieter von solchen Fahrten. Der CEO ist Dara Koshowashi. Ich bin mir sicher, ob es falsch ausgesprochen. Ich nenne jetzt einfach Dara. Und Dara hat eben seit 2017 das Amt des CEO übernommen bei Uber und war vorher seit 2005 bei Expedia, hat Expedia groß gemacht. Also hat wirklich schon gute Erfolge erzielt und hat das Unternehmen Uber auch in die schwarzen Zahlen gebracht. Da kommen wir auch später noch dazu. Uber hat ja selbst auch mal versucht, ein autonomes Fahrzeug herzustellen. Und 2020 haben sie dann damit aufgehört und haben das Startup bzw. diesen Teil eben von ihren Unternehmen verkauft. Und 2023, ab Oktober 2023, sind sie eine Partnerschaft mit Waymo eingegangen. Das heißt, jetzt erst einmal in Phoenix war das. Und dann haben sie im Phoenix in April 2024 nicht nur die Uber Fahrten angeboten, sondern auch Uber Eats. Das heißt, es wird mittlerweile Essen ausgeliefert. Echt cool. Das heißt, das Essen wird ins Auto gestellt und das Auto fährt dann vor das Haus und man kann dann rausgehen und dann wirklich das Auto abholen. Da gibt es ein paar sehr nice Videos auch online. Und finde ich echt eine coole Idee, so das Business auch weiter zu expandieren. Und es ist geplant, jetzt in Austin und Atlanta weiter zusammenzuarbeiten. Waymo bietet hier die große Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit dem autonomen Fahren zu bringen und Uber eben die tolle Plattform. Und die Partnerschaft beinhaltet, dass Uber eben die Wartung übernimmt von den Autos, also auch die Reinigung, Reparaturen. Und ich glaube, es wird zukünftig noch weitere Städte geben, wo sie zusammenarbeiten werden. Und dass es nur der Anfang ist, weil sie sich im Endeffekt sehr gut ergänzen. Uber hat die Kontakte und die tolle App. Und Waymo kümmert sich einfach, dass es autonome Fahren und die Technik funktioniert. Zudem ist es exklusiv. Das heißt, Waymo wird auf keiner anderen Plattform in den Städten eben den Service anbieten, was schon sehr genial ist. Und jetzt am Anfang ist es so, dass Kunden erst einmal das autonome Fahren akzeptieren müssen, ob sie wirklich mit dem fahren wollen. Oder wenn nicht, dann bekommt sie eben einen Fahrer eben, also ein Fahrzeugmitfahrer. Und es gibt auch die Möglichkeit, ja, das autonome Fahren zu bevorzugen. Ich würde das autonome Fahren persönlich bevorzugen, weil ich glaube, dass es einfach zuverlässiger ist. Ich war zum Beispiel mal hier in Wien, also ich wohne in Wien, am Stadtrand bei einer Veranstaltung. Also da war ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Und ich wollte einfach dann am Abend um 18 Uhr nur noch heim. Ich glaube, die Veranstaltung war am Donnerstag oder Freitagabend. Und hat mir Uber geholt. Und die Uber-Fahrer haben eine Viertelstunde lang, also bestimmt 5, 6 Uber-Fahrer, haben die Fahrt immer wieder storniert und nicht angenommen, weil wir zu weit draußen waren. Und ich glaube, dass man mit autonomem Fahren das dann ermöglichen kann, diesen Service zu verbessern. Und dass die dann wirklich auch ein bisschen rausfahren. Und vielleicht dann einfach eine höhere Gebühr oder Ähnliches verlangen. Also finde ich eine super Idee, das zu machen und die Kooperation. Uber kooperiert auch mit anderen autonomen Fahrzeugherstellern. Aber es ist noch keiner so weit wie Waymo. Ich habe hier mal Motion und Aurora auch gecheckt. Man sieht hier sehr gut, dass auch immer mehr Produkte verwendet werden von den einzelnen Kunden von Uber. Und somit ist es super, dass sie eben ein großes, breites Produktangebot haben. Und nicht nur Uber als Fahrservice, sondern auch Uber Eats oder auch das eben Groceries, also Lebensmittel ausgeliefert werden. Es gibt hier wie bei Amazon auch eine Prime-Mitgliedschaft. Sie nennen es Uber One. Und es erinnert mich vieles an Amazon, eben dieses Plattform-Modell. Und bei denen funktioniert es eben auch wie bei Amazon bereits schon sehr gut. Da zahlt man 4,99 Euro im Monat eben Abo-Gebühr, hat aber die Möglichkeit eben günstigere Preise auf Fahrten zu bekommen, auf Lebensmittel zu bekommen oder zum Beispiel auch freie Lieferung. Das ermöglicht eben auch hier die Kunden mehr an sich zu binden und auch einen höheren Umsatz zu machen. Also sie haben auch die Membership seit Q4 2021 eben erhöht. Und diese Member stellen ja 3,4 mal mehr im Durchschnitt, was schon sehr, sehr gut ist. Sie sagen auch, dass eben die Fahrer, dass eben sehr viele Fahrer haben, die sie eben anbieten und können somit auch den guten Service anbieten. Ich habe auch das Gefühl, dass Fahrer sehr wichtig ist, dass man genügend hat, um eben ja hier Qualität liefern zu können. Und sie haben auch mehr Fahrer als ihre starken Mitbewerber oder ihre Mitbewerber und können ermöglichen somit ja auch eine gute Qualität, kooperieren auch in verschiedenen Städten mit Taxis. Also auch hier in Wien kooperieren sie mit Taxi-Unternehmen, auch natürlich in New York City oder London, Rom und noch viele weitere Städte, um eben so mehr Fahrer zu haben. Und ich glaube, dass dieses autonome Fahren eben es ermöglicht, von Dieselfahrern auch unabhängig zu werden und man dann einfach so viel anbieten kann, wie es eben der Markt benötigt und wie man eben am besten Kosten-Leistungseffekt bekommen, am meisten Gewinn machen kann. Da ist eben Uber allen anderen Plattformen voraus, weil Waymo funktioniert, die autonomen Autos fahren bereits und sie bieten eben viele verschiedene Services über ihre Plattform an, was andere nicht machen, wie zum Beispiel UberX oder Taxi rufen oder ja, Rented bieten sie mittlerweile an Bikes und Scooter, Shuttle-Busse. Also es ist wirklich sehr viel möglich und genau die bestehenden Kunden, die bestellen immer mehr, somit machen sie mehr Umsatz. Und genauso auch bei Uber Eats, was mittlerweile einen großen Anteil des Umsatzes ausmacht. Sie haben hier ein Wachstum im Jahr um von 8%. Sie haben mehr Bestellungen, mehr Lieferungen eben von 11% der Auswahl bieten. Ihren Kunden, sie können auch die Kosten pro Lieferung senken von Q4 21 auf Q4 23 um 5% beziehungsweise die operativen Kosten sind um 2% gesunken, also 2% Punkte, also das ist schon sehr spannend. Somit können sie seit Dezember 21 eben auch 4,2% Punkte günstigere Preise an ihre Kunden anbieten und die Zuverlässigkeit ist höher. Um 25% können sie die Fehllieferungen verringern und sie haben natürlich auch eine coole App, die hier es ermöglicht, einfach shoppen zu gehen. Besonders stark wächst auch hier die Lieferung von Lebensmitteln. Das ist sehr gut, also wir reden jetzt nicht von Essenslieferungen, sondern von Lebensmitteln selbst. Die steigen eben enorm, sobald der Kunde auch mehr als ein Produkt verwendet von dem Unternehmen. Also dann, wenn sie alles 3 verwenden, steigen die Lieferungen exponentiell an auf bis zu 3,7. Uber ist seit 2018 an der Börse und seitdem haben sie die Cross, also die Brutto-Bookings ja für 2,8-fach auf über 138 Milliarden an US-Dollar. Was heißt Cross-Bookings? Das heißt, das ist eben ihr Umsatz zuzüglich eben diese Kosten des Autos und Fahrrad, dem eben jemand anders stellt oder Dritte eben stellen und ihr EBITDA, ja, ist seit 2022 positiv. Ihr Umsatz, also den sie wirklich generieren, also sie kriegen circa so, ja, so 28 bis 30 Prozent des Cross-Umsatzes, das sie machen als Netto-Umsatz und sie haben dort eben ein Wachstum hier und hier. Im Q2 jetzt von 16 Prozent gehabt und im Q1 zum Beispiel von 15 Prozent. Also wir haben ein schönes Wachstum, ein schönes konstantes Wachstum bei dem Unternehmen und das EBITDA ist auch schön gewachsen, je und je im Quartal um 71 Prozent, im Vorquartal waren es sogar 82 Prozent. Also wir haben hier ein schönes Wachstum vom Gewinn vor Steuern und vor Abschreibungen. Aber wie sieht es mit Netto-Gewinn aus? Der ist mir besonders wichtig, gerade bei schon so erwachsenen Unternehmen und wir sind da positiv im Halbjahr, in diesem Halbjahr und auch im Quartal sind wir hier positiv. Das heißt, wir haben hier echt ein schönes Wachstum hingelegt über die letzten Jahre und es wird auch vom Management hier erwartet, dass sie zukünftig auch ein EBITDA-Wachstum von 30 bis 40 Prozent haben, also weiter profitabler werden und profitabler wachsen und somit, ja, wird wohl auch ein großer Gewinn in Zukunft in Aussicht gestellt. Und die Aktie, also das Chart, sieht gut aus. Wir haben hier in den letzten, ja, circa zwei Jahren einen schönen Aufwärtstrend und nach dem Tesla-Event ist dann nochmal ein großer Sprung gekommen, weil eben, ja, Tesla erst zu spät das autonome Fahrzeug rausbringt und, ja, Uber hier einfach mit Waymo einen Vorsprung hat. Wie sieht es denn mit den Zahlen aus? Denn wie teuer ist aktuell die Aktie, ja? Wir haben hier eine Market Cap von 163 Milliarden und der Kurs ist so bei 78,9 US-Dollar. Der KUV ist 3,75, was okay bewertet ist und das KGV-Kursgewinnverhältnis liegt bei 75. Das ist teuer, ja, aber wir sehen, es ist ein starkes Wachstum. 2026 soll eben das KGV auf 25 fallen und somit ist die Aktie dann schon viel günstiger bewertet und das KUV auf 2,78. Dividende zahlt das Unternehmen keine, ist ja noch stark im Wachstum. Zum Fazit, Uber hat bereits eine super tolle Plattform mit vielen Kunden und vielen Usern und diese Kombination aus Waymo und Uber macht es einfach super easy Fahrten zu buchen und Waymo hat bereits ein autonomes Fahrzeug. Tesla eben nicht, aber es soll 2025 ja die ersten Fahrzeuge autonom fahren können. Das werden wir dann sehen. Wir wissen, diese Plattform steht und funktioniert. Uber spätet auch Uber Eats an, was eben ermöglicht, auch die SES zu liefern und es mittlerweile auch fast die Hälfte des Umsatzes ausmacht. Zudem hat Waymo hier auch einen guten Partner, der sich eben um die Verwaltung der Fahrzeuge kümmert, das heißt Service, Reparatur etc. Und es ist eine gute Kombination. Die Aktie ist aktuell nicht günstig, also sie ist schon teuer, aber wächst rein in den Wert. Ich gebe sie mir auf jeden Fall auf die Watchlist, beobachte die ich denke, ich werde auch, wenn der Preis passt. Aktuell gibt es so eine Konsolidierung. Ich werde noch mal ein paar Tage oder Wochen warten, um mir das anschauen und wie sich auch die Zahlen entwickeln. Und ich denke, dann werde ich erstmal eine kleine Position eröffnen und in Chargen einkaufen. Ganz wichtig, das ist hier keine Anlageberatung und ihr handelt immer auf eigenes Risiko. Und wenn ihr mich kostenlos unterstützen wollt, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch alles Gute und viele Grüße aus Wien. Also ciao, baba.